Ja, willkommen zum Aktienplausch. Ich habe euch heute eine ganz verrückte Aktie mitgebracht, die Commerzbank. Warum verrückt? Nun, auf der einen Seite hat sie einen Marktwert von über 94% verloren und auf der anderen Seite ist sie gerade in die DAX aufgestiegen. Mal wieder. Und wenn ihr ein paar Sekunden dranbleibt, werdet ihr ein langfristiges Chart der Commerzbank sehen und ich kann euch versichern, dass ihr so ein Chartbild noch nicht oft gesehen habt. Im Anschluss daran werden wir die Besonderheiten der Gesellschaft herausarbeiten in der fundamentalen Analyse, in der Bewertung der Aktie und auch in dem Kursverlauf. Am Ende des Videos werden wir immer beurteilen, ob die Commerzbank ein Kandidat für unsere langfristige Anlage und für unser Depot ist. Und hier seht ihr das versprochene Langfrist-Chart der Commerzbank seit 2000. In 2000 stand die Commerzbank bei ungefähr 210 Euro. Sie ist dann abgestürzt in der Dotcom-Blase auf 28 Euro und das war schon das erste Mal, dass die Commerzbank einen fast Totalverlust von 85% erlitten hat. Dann ist die Aktie von 28 Euro auf 200 Euro gestiegen. Also eine Aktie, die 85% fällt, die muss 400-500% steigen, um wieder auf das alte hochzukommen. Dann kam die Finanzkrise, die Aktie ist abgestürzt auf 12 Euro. Da waren schon wieder 90% des Vermögens und des Marktwertes und auch ein Verlust in deinem Depot erzielt. Und seit 2008 hat es die Commerzbank geschafft, 15 Jahre lang nichts zu tun. Also so ein verrücktes Chart habe ich, ich glaube, noch nie gesehen. Und der Tiefpunkt der Aktie lag im Jahr 2020. Da stand die Aktie so um die 3 Euro. Das heißt, wenn ich ganz extrem den Höchstpunkt nehmen würde, der war mal 250 Euro, würde dann auf den Tiefstpunkt gehen, auf 3 Euro. Das entspricht einem Verlust von 99%. Und die Aktie, die diese Kursentwicklung, die einen fast Totalverlust erlitten hat, ist gerade aufgestiegen in den elitären Kreis der DAX-Unternehmen. Also ich kann das, als ich das gehört habe, ich konnte wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also haben wir nichts Besseres zu bieten in Deutschland, als die Commerzbank in diesen elitären Kreis der Firmen aufzunehmen? Nun gut, Stand heute haben wir 94% verloren. Das sind nun mal die Fakten. Eine ganz verrückte Aktie, ein ganz verrückter Verlauf. Aber wir wollen jetzt mal konstruktiv an die Sache herangehen und uns einfach mal anschauen, was denn die letzten 10 Jahre so gebracht haben. Und hier sehen wir das 10-Jahres-Chart der Commerzbank. Und das verläuft ähnlich wild und turbulent wie das 23-Jahres-Chart von gerade. Die Aktie kommt im Jahre 2013 von 6 Euro, steigt dann in wenigen Monaten auf 13 Euro, fällt dann bis Mitte 2016 wieder auf 5 Euro zurück, steigt dann wieder auf 13, findet den Tiefpunkt in 2020 bei um die 3 Euro, steigt jüngst erst wieder mal auf über 11 Euro und notiert ungefähr jetzt bei knapp unter 10 Euro. Also auch im 10-Jahres-Vergleich muss man sagen, dass das eine ganz volatile Aktie ist, die im Ergebnis so gut wie gar nichts gebracht hat. Denn die Performance in den letzten 10 Jahren beträgt mal eben schlappe 18%. Also dafür, dass man diese Turbulenzen mitgemacht hat. Ihr müsst euch mal überlegen, was das bedeutet. Der Abstieg, der Absturz der Aktie ist schlimm. Der darauf folgende Anstieg ist aber nicht weniger schlimm. Du bist jeden Tag am Überlegen, was du mit der Aktie machst. Auf der einen Seite bist du froh, wenn du deine Verluste wieder aufgeholt hast. Dann kommt Euphorie in deinen Kopf, dass du denkst, okay, die Aktie hat 100% zugelegt, vielleicht legt sie nochmal weitere 100% zu. Und was macht sie dann? Sie stürzt wieder zusammen. Und die 18% entsprechen einer jährlichen Rendite von 1,7%. Also du hast nicht einmal Schmerzensgeld für diese Turbulenzen erhalten. Die Unternehmensdaten, die Marktkapitalisierung der Commerzbank beträgt 12 Milliarden Euro. Der Umsatz liegt bei 10 Milliarden Euro. Und daraus hat die Commerzbank ein Ergebnis in 2022 von 1,4 Milliarden Euro gemacht. Damit liegt die Umsatzrentabilität bei 14,4%. Das liegt so ungefähr auf dem Niveau von der Deutschen Bank. Ich glaube, die lag so bei 12, 13%. Der Umsatz ist in den letzten sieben Jahren um 30,7% geschmolzen. Naja, die Commerzbank hat sich klein geschrumpft. Such mal eine Commerzbank-Filiale. Ich weiß überhaupt nicht, ob die überhaupt noch Filialstrukturen aufweisen. Nur erstaunt war ich darüber, dass das Ergebnis in diesen sieben Jahren um über 414% gestiegen ist. Und sowas sehe ich auf der einen Seite gerne. Auf der anderen Seite schaue ich mir dann aber auch immer die Details an. Jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken. Die Commerzbank hat ein Ergebnis nach Steuern von 2016 bis 2022 von 279 Millionen. Im Jahr 2018 auf 665 Millionen. Im Jahre 2020 auf minus 2,87 Milliarden. Und im Jahr 2022 auf einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Nun, also bei denen, also der Kurs ist nicht nur sehr volatil, sondern auch das Ergebnis. Also die Ergebnissteigerung von 400% ist auf ein gutes Jahr 2022 zurückzuführen. Den ersten Check, den ich dann immer mache, ist, dass ich mir anschaue, wie die Krisen bei der Gesellschaft sind. Gibt es interne Faktoren? Gibt es externe Faktoren, die die Aktie dazu bringen, abzustürzen? Und ich habe da für mich so ein persönliches Schmerzlevel festgelegt. Das sind die 20% Verlust. Das heißt, immer dann, wenn eine Aktie 20% in den Drawdown kommt, da werde ich aufmerksam. Entweder werde ich gierig, weil ich einfach sage, das ist der Marktsituation geschuldet. Da gibt es keine fundamentalen Daten. Dann wäre das für mich ein Grund, eine Position aufzustocken oder in die Position einzusteigen. Oder aber es zeigt, dass es halt eben fundamentale und elementare Probleme gibt. Und bei der Commerzbank ist das relativ einfach. Wir sind so weit, schon im Jahr 2013, unterhalb meiner Schmerzgrenze von 20%. Wir sind im Jahr 2016, 2017 so stark im Verlust. Wir sind in den darauffolgenden Jahren auch dauerhaft über mehrere Jahre in einem Bereich, den ich nicht bereit bin zu tolerieren. Und selbst in den letzten drei Jahren, seit 2020, stellt man fest, dass die Aktie immer 20 bis 30% Drawdown reißt. Und das ist mir persönlich zu viel, weil die Schmerzen, die du erleidest, wenn du in der Aktie investiert bist, die sind enorm. Also im Jahr 2013 hat die Aktie einen Kursrückgang von 64% erlebt. Wenn du von 64% wieder auf das alte All-Time-High kommst, muss die Aktie, was war das so, ungefähr 150% an Kurs zulegen. Also du hast einen Absturz, du hast einen brutalen Anstieg, dann von 2014 bis 2017 schon wieder einen Drawdown von 60%. Was macht die verrückte Commerzbank? Die schafft es wieder, diesen Drawdown aufzuholen, kommt wieder auf die alten Höchststände, um dann 2017 wieder dauerhaft abzustürzen. Da hat die Aktie schon wieder 66% abgegeben. Und selbst in den letzten zwei, drei Jahren, wo die Flächen nicht allzu groß sind, was das Rote betrifft, gibt es immer wieder Kurseinbrüche. Also der Bereich hier sind knapp 40%. Also die Aktie verlangt dir schon einiges ab. Noch ein Hinweis in eigener Sache, bevor wir jetzt zu der Strategie kommen. Wenn euch die Auswertungen gefallen, wenn sie euch weiterhelfen, wenn sie euch dabei unterstützen, bessere Entscheidungen an der Börse zu treffen, lasst mir einen Daumen da oder drückt bitte die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Es kostet euch ja kein Geld. So zur Strategie selber. In diese Strategie-Charts, wir sind hier wieder im 10-Jahres-Bereich, habe ich einen Trendindikator eingezeichnet. Dieser Trendindikator verändert nur dann seine Wendepunkte, wenn die Veränderungen prozentual relativ hoch sind. Und dieser Zickzack-Kurs, das ist abzusehen. Abzusehen, das sieht jeder, dass hier eine Kursveränderung von über 30% sind. Aber selbst diese kleinen Veränderungen, die vielleicht gar nicht so ins Auge fallen, zeigen immer, dass wir Veränderungen von mehr als 30% in der Aktie haben. Ich will auch nicht so tun, als wenn ich da eine passende Strategie für die Aktie hätte. Meine Strategie für die Commerzbank langfristig wäre, sie nicht im Depot zu haben. So, weiter will ich zu der Strategie auch nichts sagen. Also die Commerzbank braucht niemand. Schauen wir uns mal die Taktik an. So im Taktikbereich bin ich so, naja, bei mir sind das so zwischen drei und fünf Jahren. Also ich sage mal in dem Bereich. In dem Bereich hat die Aktie das getan, was sie schon öfter getan hat. Immer dann, wenn sie ganz tief unten am Boden ist, schafft sie es immer wieder, explosionsartig anzusteigen. Aber nun mal ganz ehrlich, auch dieser explosionsartige Anstieg, das haben wir ja gerade in der Schmerzkurve gesehen, verlangt vieles von dir ab. Das geht nicht einfach nur kontinuierlich, ruhig, beständig nach oben. Es gibt starke Spitzen nach oben, die dann wieder zusammenfallen. Ein starker Anstieg nach oben, der wieder zusammenbricht. Das heißt, auch wenn du diese Aktie auf die Frist von ein, zwei, drei Jahren hättest halten wollen, verlangt die Aktie auch sehr viel von dir ab. Ich persönlich sage, auch im taktischen Bereich ist die Aktie kaum zu handeln. Jetzt schauen wir uns mal an, ob sie vielleicht im kurzfristigen Bereich eine Möglichkeit wäre, dass man entweder vernünftig in die Aktie reinkommt oder sogar für den einen oder anderen, der sagt, ich möchte diesen Schwung nach oben oder nach unten, wenn er Short gehen will, einfach mal mitnehmen. Dann gehe ich immer in den Bereich von einem Jahr. Ich schneide mir also diese Fläche raus und gucke mir mal an, was die Aktie in einem Jahr gemacht hat. Und die Aktie hat es geschafft, in den letzten zwölf Monaten 41% Gewinn zu machen. Wir haben ja eben gehört, dass die Aktie in zehn Jahren 18% Gewinn gemacht hat. Das heißt, in den letzten zwölf Monaten hat sie ein Vielfaches von dem performt, was sie in den letzten zehn Jahren in der Summe performt hat. Die Aktie ist stark angestiegen. Wie gesagt, das ist der Charakter der Aktie. Sie hat das gemacht, was viele Aktien nach einem starken Anstieg tun. Sie geben ungefähr die Hälfte des Gewinns wieder ab. Das heißt, hier könnte man auch eine Unterstützungslinie einzeichnen. Die hat sie dann tangiert. Und sie hat jetzt durchaus Chancen, wieder zu steigen. Die Bankenkrise in Anführungszeichen, die wir die letzten Tage beobachtet haben, hat dazu geführt, dass die Aktie natürlich stark im Kurs wieder eingebrochen ist. Sie hat aber einen Boden gefunden. Und ich halte es für durchaus für plausibel und realistisch, dass sie wieder das Niveau von vor einigen Tagen anlaufen könnte. Was heißt das jetzt in Chancen, Risiken berechnet? Das Potenzial der Aktie, auf das Hoch vor wenigen Tagen zu kommen, liegt bei einem Potenzial von 23%. Das Risiko auf der Unterseite, auf das Einjahrestief, liegt bei 42%. Also in beide Richtungen ist unheimlich viel Spielraum. Ich persönlich würde eher glauben, dass die Aktie den Weg nach unten bereitet. Aber was heißt das Glauben bei dieser verrückten Aktie? Also 23 Jahre Berg- und Talfahrt, 10 Jahre Berg- und Talfahrt, ein Jahr Berg- und Talfahrt. Da ist vieles möglich. Und das liegt natürlich auch an den politischen Umständen, an den Schwierigkeiten der Branche. Also das ist auch im kurzfristigen Bereich sehr schwer, weil die Schwankungen, die Größen, die Verluste und die Gewinne, die man machen kann, einfach auch zu groß sind. Zur Bewertung der Aktie. Die Aktie hat ein KGV, erwartet 25 von 3,8. Sie hat eine Wachstumsrate von 12%. Das hört sich schon mal gut an. Hat eine Dividende von 5,9%. Und wenn ich mir dann die Kennzahl nach Peter Lynch ausrechne, komme ich auf ein Wachstum durch KGV von 4,7. Also wenn ich nur an blanken Zahlen festhalten würde, würde ich sagen, dass die Commerzbank sehr, sehr günstig ist. Man muss aber die Position hinterfragen. Denn in dieser KGV-Kennzahl stecken ja zwei Komponenten. Der Kurs und der Gewinn. Wie volatil und wie verrückt die Kursentwicklung der Commerzbank ist, das haben wir jetzt schon mehrmals beschrieben. Bei dem Gewinn genau das Gleiche. Wir kommen von 2,8 Milliarden Verlust auf 1,4 Milliarden Gewinn. Das heißt, wenn beide Komponenten, die halt eben für die Ermittlung des KGVs benötigt werden, so volatil sind, messe ich der Bewertung dieser Aktie in dem Fall nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Eine Aktie, die einen so katastrophalen Kursverlauf hat, müsste bei mir einige Jahre unter Beweis stellen, dass sie wirklich auf einem gesunden Pfad ist. Fundamental. Und dann spiegelt sich das auch in dem Kurs wieder, bevor ich auf Kennzahlen wie KGV und Wachstumsraten etwas geben würde. Und vielleicht gibt es aber trotzdem den ein oder anderen, der ist verrückt genug wie die Aktie und sagt, ich will die Commerzbank haben, weil ich sehe da ein enormes Potenzial. Kann ja durchaus sein. Dann muss man sich immer die Frage stellen, wie die Commerzbank denn zu anderen Aktien tendiert. Ich habe mich in dem Fall mal für den DAX entschieden. Der DAX ist ein Produkt, das viele von uns im Depot haben. Ob das abgebildet wird durch ein ETF oder ein Indexzertifikat. Das hier ist die Entwicklung des DAX. Der Trendverlauf ist einmal unterbrochen worden durch die Corona-Krise im Jahr 2020. Aber der Trend ist positiv und steigend. Und wenn ich mir den Zappel-Philipp hier anschaue, die Commerzbank, dann muss ich sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Kursverlauf eines DAX oder dem Kursverlauf der Commerzbank, wir sind ja in einer langfristigen Betrachtung, hier im Zehn-Jahre-Chart, dann muss man sagen, ist die Commerzbank einfach kein Kandidat. Das ist aber der Verlauf. Wie sieht es denn jetzt mit der Performance aus? Die Performance ist auch wieder verrückt. Wir sind wieder im Zehn-Jahre-Chart. Wir sehen in weiß die Entwicklung des DAX. Wir sehen grün-grau die Entwicklung der Commerzbank. Und die Commerzbank schafft es immer, aus einer Underperformance schießt die auf einmal in die Höhe, überläuft den DAX, um dann in den nächsten Jahren wieder im Kurs einzubrechen. Dann gibt es einen explosionsartigen Anstieg. Die Commerzbank läuft wieder auf das Niveau des DAXes, bricht dann komplett ein, ist ganz weit weg von der Performance des DAX und macht sich jetzt schon wieder auf, so etwas an den DAX heranzulaufen. Und wenn die Commerzbank jetzt noch einen Schub, einen Momentum-Schub nach oben bekommt, halte ich es für durchaus möglich, dass die Commerzbank wieder an die Performance des DAX anstößt. Nur dann passiert wahrscheinlich das, was in der Vergangenheit immer passiert ist, wenn sie auf dem Niveau des DAX ist, bricht sie ein. Wenn sie den DAX überholt hat, bricht sie ein. Also auch in dem Fall würde ich sagen, auch wenn sie in der Performance auf den DAX aufschließt, es ist nichts Beständiges. Es sind einfach immer nur Impulse. Und genau das sieht man halt eben hier im direkten Vergleich in der Outperformance. Die Commerzbank ist dauerhaft ein Underperformer. Sie schafft es immer mal wieder, den DAX kurz zu überholen. Das haben wir ja gerade gesehen. Dann ist sie dauerhaft über viele Jahre ein Underperformer. Der Kurs explodiert. Sie kommt also ganz nah an das Niveau des DAX ran. Dann seit 2018 ein deutlicher Underperformer. Sie holt jetzt wieder Performance auf. Und ob es ihr gelingt, wieder auf das Niveau des DAX zu kommen, das werden wir sehen. Aber da ist ganz viel Spekulation und ganz wenig Fundamentales und Beständiges mit dabei. Wir haben jetzt die Commerzbank uns angeschaut. Ein verrückter Kandidat. Also die Aktie, diese verrückte Aktie ist in den DAX aufgestiegen. Sie ist in einem DAX, wo eine VW, wo eine Allianz, wo eine Deutsche Telekom und viele andere Unternehmen mit dabei sind. Als ich gehört habe, dass die Commerzbank in den DAX aufsteigt, habe ich nur den Kopf gestüttelt und wirklich gefragt, muss das sein? Brauchen wir so eine Aktie in unserem DAX? Nun, Dinge sind so, wie sie sind. Sie ist nun mal im DAX. Ich denke, ich habe fair berichtet, die Aktie sauber analysiert. Es gibt wenig Gutes von der Commerzbank zu berichten. Sie müsste über viele Jahre mir zeigen, dass sie den Kurs wechselt und auch dauerhaft für die nächsten Jahre ein guter Kandidat ist. Für die Langfristanlage kann es nur eine Entscheidung und nur ein Urteil geben. Sie ist für die Langfristanlage natürlich überhaupt nicht geeignet. Ich habe euch meine Meinung und meine Auswertung gezeigt, ob die Aktie zu euch, zu eurem Depot, zu eurer mentalen Verfassung passt. Das müsst ihr selber entscheiden. Dabei kann ich euch nicht unterstützen. Ich kann euch auf jeden Fall alles Gute für eure Handelsentscheidungen treffen. Und wenn jemand von euch verrückt genug ist, in die Commerzbank zu investieren, würde ich mich freuen, wenn er seine Gründe vielleicht mal in den Kommentaren äußern würde. Es gibt an der Börse nie ein richtig oder falsch. Also wenn ihr da anderer Meinung seid, dann teilt mir das bitte mit.